So, bitte. Wie kannst du überhaupt bei dem ganzen Licht einschlafen? Wovor hast du Angst? Hm, da sehe ich nichts. Okay, Monster-Check beendet. Monster-Check beendet Das gibt es schon ewig. Es braucht die Dunkelheit, um sich zu verstecken. Das ist wie mit diesen gruseligen Monstern, von denen man denkt, dass sie unterm Bett sind. Es ist nicht echt. Was soll denn das sein? Das ist das Ding, das irgendwann ihre Kinder holt, wenn sie mal nicht aufpassen. Du glaubst mir. Oder nicht? Du denkst mir. Das ist irgendwie nicht mehr. Aber wenn siehst du in Ruhe outstattet, Vielen Dank.